Und jetzt finde ich genau einen Titel zur rechten Zeit. Die Zeit ist reif. All young, Nico. Unsere Natur ist wunderschön und reich und weit. Doch gibt es ein Problem, das nach einer Lösung schreit. Für Maxima-Profite gehen sie über Leichen. Stoppt die Atomkraft, wir setzen hier ein Zeichen. Die Zeit ist reif, das haben wir erkannt. Organisieren weltweit Widerstand. Die Zeit ist reif, das haben wir erkannt. Organisieren weltweit Widerstand. Die Pellka können sich selbst regieren, sie wollen Freiheit. Doch gibt es ein Problem, das nach einer Lösung schreit. Für Öl und Macht gehen die Konzerne über Leichen. Stoppt die NATO, wir setzen hier ein Zeichen. Die Zeit ist reif, das haben wir erkannt. Organisieren weltweit Widerstand. Die Zeit ist reif, das haben wir erkannt. Organisieren weltweit Widerstand. Genug zum Leben, schafft unsere Hände Arbeit. Doch gibt es ein Problem, das nach einer Lösung schreit. Rettungsschirme für die Banken und die Reichen. Weg mit Hartz IV, wir setzen hier ein Zeichen. Die Zeit ist reif, das haben wir erkannt. Organisieren weltweit Widerstand. Die Zeit ist reif, das haben wir erkannt. Organisieren weltweit Widerstand. Es wird deutlich, das System ist das Problem. Doch bleibt die Frage, wohin soll die Reise gehen. Eins ist klar, wir können nicht zurück. Wir wollen die Bäckerei, nicht nur ein Kuchenschlück. Die Zeit ist reif, das haben wir erkannt. Organisieren weltweit Widerstand. Die Zeit ist reif, das haben wir erkannt. Organisieren weltweit Widerstand.